Sportwetten Freitag 27.03.2020 Gewinn, 7452 Euro Autor Die seltsamek kennt sie YouTube, trotz Cortona-Krise, an manchen Ecken der Welt wird immer noch Fußball gespielt und kann gewettet werden Für Freitag dem 27.03.2020 somit bei einem Einsatz von 1024 Ein Nettogewinn von 7452 Euro Freitag 27.03.2020 Zodino, Belsena, Belarus 1 und 2 1 zu 0 1 Euro 95 1 Euro 95 Ruck, Presten, Getitsch, BGU, Belarus 1 und 2 0 zu 1 2 Euro 65 5 Euro 17 Zen Moskow, Kraskow, Russia 1 und 2 0 zu 4 2 Euro 95 15 Euro 24 Balaschika, Nodzinsk, Russia 1 und 2 2 zu 5 2 Euro 65 40 Euro 40 Kupafna, Meteor, Russia 1 und 2 3 zu 4 2 Euro 90 117 Euro 15 Lund CFK Malmö, Zweden 1 und 2 3 zu 1 2 Euro 60 304 Euro 59 Gilberga, Bakketopos, Zweden 1 und 2 6 0 1 Euro 90 578 Euro 73 Lindo, Dagsberg, Zweden 1 und 2 0 zu 2 3 Euro 10 17 194 90 2 05 Euro Ecken, Nassungs, Möres, Juens, Weden 1 und 2 6 zu 5 2 Euro 10 3 767 Euro 51 Trum, Bast, Juers, Holmes, Weden 1 und 2 0 zu 1 2 Euro 25 8476 Euro 90 Einsatz 2 mal 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 2 gleich 1.024 Schrägstrich Minus 1.024 Minus 1.024 Komma 0.0 Euro 7.452 Euro 90